Das ist alles nicht die Zeit. Ich bin in die Zukunft gereist. Das ist doch alles nicht echt. Das ist doch alles nicht 1874. Das stimmt alles nicht. Das müssen wir alles wegmachen. Da haben die sich vertan. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Sit down, bitte. Ich liebe diese Momente, wo man dann beim Drehen kurz auch den ganzen technischen Apparat vergisst, und dann in diese Gesichter der Kinder guckt und die Ausstattung sieht und wirklich für ganz kurze Momente denkt, man ist jetzt in einer anderen Zeit. Das macht große Freude. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Beruf. Der Play bezeichnet den respektvollen Umgang mit seinem Gegner und ein. Musst du uns noch trainieren? Ich muss meine Jungs trainieren. Werden die überhaupt eine Chance gegen euch haben. Das sieht nämlich nicht gut aus. 5-0 haben die eben verloren. Was ist euer großes Idol? Messi. Messi. Werden wir doch gedacht. Danke, aus. Das ist der kleine Messi. Der spielt super. Ich glaube, der wird, äh, das habe ich gestern schon, ich sehe sowas ja. Der hat die perfekten Anlagen zu einem Stürmer. Da. Muss man jetzt schon managen. Er ist wieder da! Er ist wieder da! Der Sport. Der Sport muss man schon in sich haben. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Dass man tatsächlich Fußballfan ist und das nicht irgendwie spielt, sondern wirklich führt. Wundervolk. Führung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017